So, hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich mit Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin bei 27.430 US-Dollar. Ich bin immer noch unterwegs, fliege aber heute wieder zurück. Das heißt, ihr müsst heute nochmal Vorlieb mit dem Tablet nehmen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin, denn es passiert jetzt bei Bitcoin nämlich was sehr, sehr Spannendes. Das schauen wir uns jetzt nämlich ganz genau an. Gebt dem Video auch gerne mal einen Daumen nach oben, gerne kommentieren, würde mich sehr drüber freuen. Denk an den Lostopf. Jeder Kommentar zählt. Am Sonntag gibt es wieder ein Community-Paket für die Community bei Bitbull Trading. Also ziemlich geil. Das heißt, immer kommentieren jedes Video, damit du deine Chancen erhöhst, in den Lostopf zu kommen und das Ding zu gewinnen. Jetzt schauen wir uns natürlich dann hier auf dem 4-Stunden-Chart das Ganze mal an. Wie du ganz gut sehen kannst, ist es im Moment so, dass wir auf dem 4-Stunden-Chart wieder ganz guten Support reinkriegen. Und zwar genau bei unseren 27.422 US-Dollar. Genau nämlich dieses Level, was wir uns gestern angeschaut haben. Wo ich gesagt habe, hey Leute, das wird auf jeden Fall wichtig und vor allem unser 800er IMA. Und jetzt schaut euch mal an, was nämlich unser 800er IMA jetzt hier die ganze Zeit macht. Zum einen war er hier einmal sehr, sehr starker Widerstand. Er war hier an dieser Stelle, das war am Dienstag, 29. August, sehr, sehr starker Widerstand. Er war dann auch hier, genau dort am 28. September um 18 Uhr, sehr starker Widerstand. Wir wurden abgelehnt. Und jetzt will ich genau nämlich das sehen, was er gerade macht. Denn wenn du einen sehr, sehr starken Widerstand nach oben hin durchbrichst, willst du natürlich, dass dieser Widerstand dann zu Support wird. Und Stand jetzt ist es nämlich der Fall. Wenn man sich das nämlich anschaut, wir sind dann hier sehr, sehr stark nach oben hier durchgebrochen durch unseren 800er IMA. Ah ja, by the way, wir haben sogar hier auch nochmal das ganze Ding hier angetestet. Also das war dann auch nochmal am Sonntag. Und wir sind dann hier nach oben hin durchgebrochen. Was ist passiert? Wir wurden sehr stark abgelehnt. Und dann war genau an unserem 800er IMA erstmal wieder Feierabend. Und das ist erstmal jetzt hier für uns kurzfristig gesehen ein sehr, sehr gutes Zeichen. Denn wir haben das Ganze einmal, zweimal, dreimal, viermal jetzt hier an dieser Stelle angelaufen. Und viermal haben wir hier wunderschönen Support reinbekommen auf dem 4-Stunden-Chart. Unter uns, du siehst es schon, auf dem VRVP, auf der rechten Seite, haben wir sehr, sehr guten Support einmal nochmal bei knapp 27.125. Also das ist eigentlich genau hier unten gerade unser 50er IMA auf dem 4-Stunden-Chart, wie man hier ganz gut sehen kann. Und wir haben dann nochmal ganz guten Support bei knapp 26.600 US-Dollar. Also genau hier in dieser Phase des Marktes. Also da ist es dann auch nochmal sehr, sehr interessant, was nämlich dann genau hier passieren wird, falls wir hier nochmal nach unten fallen. Und wir werden nach unten fallen, wenn wir hier unseren wichtigen Support verlieren. Das heißt, wenn dieses Ding hier bricht, kannst du mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir hier unten reinkommen, nochmal auf diese 26.500 US-Dollar hier kurzfristig gesehen. Das ist auf jeden Fall denkbar und aber auch machbar. Wichtig, Bitcoin muss es zeitlich, heute ist ja schon wieder Mittwoch, am Freitag, wir haben jetzt eigentlich nur noch drei Handelstage in Anführungszeichen, dann ist schon wieder Wochenende. Bitcoin muss es unbedingt hier über diese wichtigen Hoch schaffen. Also er muss es nachhaltig jetzt mal über 28.000 Dollar schaffen und er muss sich nachhaltig über 28.000 Dollar halten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn er das nämlich nicht schafft, kriegen wir dann hier nochmal die Möglichkeit auf den Double Top rein, was uns dann auch nochmal ein Stück weiter nach unten zieht. Wie sieht es mit den jeweiligen Indikatoren aus? Also unser MACD, man sieht es hier auch nochmal ganz gut, hat jetzt hier unser bärisches Cross hingelegt, so wie wir das erwartet haben, es kam auch negatives Momentum rein. Jetzt lässt aber das Momentum schon wieder so ein bisschen nach da unten. Ja, man sieht es hier auch nochmal ganz schön. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier jetzt am heutigen Tag uns in dieser Zone erstmal aufhalten und unser MACD langsam wieder ein bullisches Cross hinlegen kann und diese Signallinie zur Durchschnittslinie sich wieder sehr, sehr stark annähert. Immer wenn diese sich sehr stark annähert, kannst du eigentlich wieder mit einem Trendumbruch rechnen. Das heißt, wir waren ja hier in einem sehr starken Aufwärtstrend. Jetzt sind wir hier in einem kleinen Downtrend. Jetzt ist die Frage, kommen wir wieder in einen sehr starken Aufwärtstrend, ja oder nein? Und wenn man sich jetzt dann hier nochmal das Volumen anschaut, ist es natürlich interessant, denn das Volumen zieht sich auch wieder etwas zusammen. Das bedeutet also kein Volumen im Markt. Wir sehen es jetzt hier, wir machen es jetzt einfach mal von hier. Ihr seht, das Volumen nimmt erstmal wieder ab. Das war jetzt gar nicht mal so schlecht, was hier reingekommen ist in dieser Marktphase. Ja, das war wirklich jetzt mal nachhaltiges Volumen. Das war nicht mal kurz eine 4-Stunden-Kerze, wo dann mal ein bisschen was reingekommen ist, sondern ihr seht es auch hier. Ja, da wurde wirklich über längere Zeit dann hier Volumen akkumuliert. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und wenn man sich den RSI hier dann unten nochmal anschaut, dann sieht man hier auch das Ganze. Wir sind genau bei 50 Punkten bei unserem RSI. Also wir haben hier massiv Luft, wieder nach oben hier durchzubrechen, aber dann auch massiv Luft nach unten zu fallen. Und das ist nämlich genau jetzt das Problem, was jetzt Bitcoin hat. Das heißt, wir spielen jetzt wieder ein Spielchen. Und das Spielchen heißt Support und Widerstand. Heißt für uns nichts anderes, dass wir hier ganz gut sehen, dass sich hier der Markt wieder zusammenzieht. Und auch auf dem Tageschart zum Beispiel sieht man das Ganze auch nochmal ganz gut. Schaut euch einfach mal die EMAs an. Die EMAs, Leute, die laufen hier fast parallel. Ja, und das letzte Mal, wo wir so etwas hatten, wenn wir uns das mal anschauen, dass hier diese EMAs wirklich fast in einer parallelen Umgebung sich hier aufhalten. Da muss man schon sehr, sehr weit zurückgehen. Das war schon Ewigkeiten her. Ja, hier ist mal so ein bisschen was entstanden, dass die hier mal ein bisschen parallel gelaufen sind. Aber das war dann auch ein sehr, sehr großer Abstand. Das war bei uns im Bärenmarkt. Also ihr seht schon, da muss man wirklich sehr, sehr weit nach hinten gehen. Und das letzte Mal, wo diese wirklich hier so ein bisschen parallel hier durchgelaufen sind, war damals im März 2020. Also ihr seht, Leute, das ist auch jetzt im Moment nämlich eine Chartentwicklung, die wir nicht häufig haben bei Bitcoin. Und immer, wenn wir in so eine Seitwärtsphase hier reingehen, auf dem Tagesschart, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das erstmal ein sehr, sehr gutes und bullisches Zeichen ist, weil wir wirklich hier oben bei knapp 27.400 Dollar traden. Das heißt, ich gestande jetzt immer noch nicht davon aus, dass Bitcoin auf einmal wegen irgendwelchen unerklärlichen Gründen nur charttechnisch jetzt auf einmal unter 25.000 Dollar fallen sollte. Das macht im Moment keinen Sinn. Ich sage es, wie es ist, da sind andere Leute anderer Meinung da draußen, aber wir behandeln das Ganze auf der Trader-Sicht und Stand jetzt ist es so, dass wir hier erstmal ganz gut unterwegs sind. Es wird erst problematisch werden, wenn wir hier wieder unter die 26.500 fallen, die 26.000 Dollar und natürlich dann die 25.000. Wenn die 25.000 fallen, wenn wir einen Daily Close da drunter kriegen, dann geht es auf die 22.000 bis 22.200 US-Dollar. Dann ist jetzt hier der Trend fortgesetzt. Das bedeutet, wir gehen hier einmal runter, sehen hier dann nochmal den Abfall und gehen dann hier auf diese 22.200 US-Dollar. Aber solange wir jetzt hier diese wichtigen Support-Level halten, gibt es für mich, wie gesagt, keinen Grund als Trader zu sagen, dass wir hier unter 25.000 Dollar jetzt hier nach unten fallen. Auch wenn man sich hier den VRVP mal anschaut, ist jetzt hier nochmal ganz gut, wir haben hier eine massive Minus Distribution. Und wenn wir hier wieder hochkommen, dann ist das Preisziel erstmal 29.000 bis 30.000 US-Dollar. Dann gehen wir rein in den 15-Minuten-Chart. Für euch Daytrader wird es natürlich dann auch interessant. Und zwar schauen wir uns das Ganze nämlich jetzt hier einfach mal an. VVP brauchen wir dann nicht, machen wir den mal aus. So, und zwar Daily Open Pivot Point liegt auf einem gleichen Level. Auch M3, M2, das ist hier unsere Range, die wir heute spielen. Problem bei dieser ganzen Geschichte auch mal wieder, wer hätte es gedacht, unser 200er EMA gibt hier wunderschönen Support und gibt aber dann, wenn man drunter fällt, massiven Widerstand. Haben es dann hier nicht mal mehr drüber geschafft, wurden wieder abverkauft. Hier nicht mal mehr angetestet, schon wieder abverkauft worden. Also bedeutet für uns sehr, sehr starker Widerstand der 200er und der 100er EMA. Und hier seht ihr es auch nochmal, was jetzt gerade eben live sogar passiert ist. Wir haben den 100er EMA hier nochmal angelaufen, Daily Open Pivot Point auf einem Punkt. 27.422 US-Dollar, sehr, sehr starker Support auf einem Punkt. Also es kommt jetzt wirklich darauf an, was jetzt hier die Market Maker machen. Vor allem, man sieht es auch hier, der 200er und der 800er, sie ziehen sich wieder langsam zusammen. Bedeutet, wir sehen hier wieder eine Verengung des Kurses. Und wenn das der Fall ist, ist eigentlich ein nächstes Breakout eigentlich schon um die Ecke. Auch hier seht ihr das nochmal ganz schön. Wir kriegen die ganze Zeit bei M2 hier wunderbaren Support hier rein. Wir kriegen die ganze Zeit hier wunderschönen Support. Das heißt, für den heutigen Tag M2 definitiv im Auge behalten. Und hier unten unseren 800er EMA. Falls ihr hier was auftauchen sollte, werde ich euch natürlich in Telegram UpToDate halten. Alle Links findest du unten in der Videobeschreibung. Komm da rein. Das ist für dich alles kostenlos. Und vor allem, wir haben am morgigen Abend wieder ein Webinar. Link poste ich auch unten rein in die Videobeschreibung. Melde dich da auf jeden Fall an. Sehr, sehr spannende Themen wieder. Also das bedeutet, Webinar komplett kostenlos. Wird nicht auf YouTube übertragen, sondern ist nur für meine YouTube-Subscriber. Deshalb gerne diesen Kanal abonnieren, wenn du da Bock drauf hast. Dann, bullisches Szenario, ganz klare Geschichte. Wir gehen heute über M3 drüber und kommen hier oben wieder rein Richtung 28.000 US-Dollar. Dann wird es aber ein bisschen knifflig, weil dann müssen wir davon ausgehen, dass wir hier dann nochmal möglicherweise so einen Double Top reinkriegen, um dann hier nochmal weiter nach unten zu fallen. Da werde ich euch aber updaten hier auf meinem YouTube-Kanal. Deshalb, ihr kriegt ja jeden Tag immer ein Update von Montag bis Sonntag. Wenn sich hier oben was tun sollte und wir hier in mögliche Short Trades eingehen können, werdet ihr da natürlich up-to-date gehalten. Dann gehen wir noch kurz rein, schauen uns die Liquidität an. Liquidität unter uns ist ein bisschen was reingekommen bei 27.000 US-Dollar. Über uns bei 29 hat sich nicht viel verändert. Das heißt, im Moment, Stand jetzt, gehen die Leute davon aus, dass wir nochmal tiefer fallen. Auf 27, auf 26, 5, auf 26 sogar bei 25.000 liegt dann hier nochmal ein ganz großer Block. Und wenn man hier ein bisschen rauszoomt, sieht man das einfach auch nochmal ganz schön, dass einfach der größte und meiste Block an Liquidität immer noch unter uns liegt. Und solange das der Fall ist, müssen wir davon ausgehen, dass wir wirklich immer nochmal solche kleinen Wicks nach unten sehen, um die Liquidität abzuholen. Bei 30.000 US-Dollar ist sehr, sehr viel reingekommen. Da liegen jetzt wirklich einiges, knapp mehr als 500 Coins. Ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Aber definitiv im Moment so, dass wir hier, ihr seht es auch, da in Wien einen luftleeren Raum haben, eigentlich so bis 28.800, 28.700 liegt über uns nichts. Das heißt, unter uns gibt es mehr zu holen. Dann, news-technisch gibt es auch nicht allzu viel zu sagen. Wie gesagt, unser Spot-ETF wurde genehmigt. Schön wäre es, Leute. Ballert mal ein Like raus. Wer denkt, dass der Spot-ETF genehmigt wird, bin da sehr gespannt. Und zwar, wo war es denn jetzt hier vorher? Habe ich es doch gesehen. Ach ja, genau, hier. Ethereum Futures ETF wurde ja gestartet. Handelsvolumen absolut für die Tonne. Habe es euch auch gesagt, dass das keine Auswirkungen hat. Aber Grayscale hat einen Spot-ETF beantragt für Ethereum. Da wird es natürlich dann auch spannend werden. Sonst, news-technisch, Sam Bankman-Fried will Zeugenaussagen verhindern. Ja, also da hatte der FTX-Prozess jetzt dann seit gestern begonnen. Da werde ich euch up-to-date halten, je nachdem, was da passiert. Und auch nochmal eine Sammelklage gegen Binance. Nämlich der Vorwurf, Beteiligung am Untergang von FTX. Ihr habt es ja damals wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass dann CZ gesagt hat, ja, sie wollen FTX übernehmen. Und da dann doch nicht. Und ja, FTX ist ja insolvent. Und bla, bla, bla. Und ja, da gibt es jetzt eine Sammelklage gegen CZ. Also, da hört es irgendwie auch nicht auf. Das ist auch immer das Problem. Wenn du halt eine Börse bist, die ganz, ganz oben steht, dann wird halt gegen dich geschossen, was nur irgendwie möglich ist. Gut, in diesem Sinne soll es das für das Video gewesen sein. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und dann hören wir uns spätestens morgen dann wieder im alten Setup. Ich hoffe, ihr habt richtig Bock. Gerne abonnieren und der Community beitreten. Danke für euren Support. Haut rein. Bis dann. Euer Basti. Und wie immer. Ciao, ciao. Ciao, ciao.